Habe ich alles gelootet? Bestimmt. Das wäre ich ja nicht durchgedeckt. Da bist du ja. Ich schmecke deine Präsenz. Sie ist irgendwie salzig. Mit einem Hauch Moschus. Komm zu mir. Wir haben zu tun. Ja, würde ich tatsächlich auch gerne machen. Ich weiß nicht warum, aber ich würde es gerne. Mein treuer Handlanger ist hier. Ich kann mich erst davon trennen, wenn es seinen Zweck erfüllt hat. So gut wie eingeschmolzen. Irgendwas schönes. Ich kann aber noch keine Kette tragen, also... Können wir nicht auch irgendwo schmieden oder sowas? Müssen auch mal hier wieder hingucken. Da ist noch jemand, der was will. Paladin Mike! Neun Quest-Deck. Okay. Lager. Wir sehen uns. All das, was ich habe liegen lassen. All das, was ich habe liegen lassen. All das, was ich habe liegen lassen. Dafür bin ich zu schwach. War ja nicht viel. Was war das hier nochmal? Achja, Objekte lagern. Nö. Brauche ich eigentlich auch nicht. Äh, es gab doch noch hier sowas. Ach ne, das war bei der Schmiedin, glaube ich. Das war, glaube ich, bei der Schmiedin gewesen. Wo wir, äh, Schusswaffen-Kapazität und sowas erhöhen konnten. Und so ein Kappes... Zerstöre die Lager der Oberwelt. Segne das, äh, Boot. Sprich mit Sexes. Das will ich als erstes machen, weil der wirkt mir ein bisschen sympathisch. Der wirkt so, als ob er mir nur helfen will. Das ist so bei Dämonen. Oberwelt, nein. I've been looking for Schmiede. Müsste hier sein, ne? Dann war das, glaube ich, hier, ne? Pistolen. Assault. Oh Gott, das war ein bisschen teuer. Bank, Rucksack... ...die du tragen kannst. Oh, guck mal hier, Alter. 428 Schuss. Nice. Hat sich richtig gelohnt. Ich mein, wirklich, war... Pass mal auf hier. Ja, du hast doch... Was ist das jetzt? Was gibt's hier? Wenn ich da jetzt rauf stelle, kriege ich einen auf den Dötz. Okay, hier ist irgendwas Magisches, das können wir aber noch gar nicht machen. Wir sind einfach nicht magisch genug. Hätten wir unser ganzes Geld nicht mal damals für... ...für Banklager ausgegeben. Äh... So nice. Okay, Texas, wo bist du? Texas? Achtung! Hey. Du hast meinen Wirtskörper getötet. Also musst du mir helfen, einen neuen zu finden. Hör zu! In den Katakomben unterhalb der Stadt trifft sich ein Hexenzirkel. Sie Hexen zu nennen ist sehr großzügig. Eigentlich sind es vielmehr gelangweilte Hausmänner und Frauen. Sie versuchen ständig Dämonen zu beschwören und scheitern dabei. Dennoch haben sie das schattengeborene Grimoire in ihrem Besitz. Du musst es zurückholen. Klingt nach Spaß. Aber wie mache ich das? Wie du vielleicht bemerkt hast, ist da ein verdammt großes Tor im Weg. Öffne es. Das hier? Wusstest du das schon im Vorfeld? Ja, das stimmt. Hör zu. Ich kann das Ding öffnen. Aber ich muss meine Kräfte durch einen Wirtskörper kanalisieren. Also durch dich. Aber dafür bist du ein wenig zu rein. Ich könnte dich nicht übernehmen, selbst wenn ich das wollte. Was ich nicht will. Gute Menschen sind eklig. Also muss deine Seele beschmutzt werden. Tu was Böses. Du könntest die Bewohner der Stadt um ihr Geld betrügen. Das wird lustig. Oh, das klingt falsch. Können wir nicht was weniger Böses tun wie, ähm, uns vordrängeln? Sir Guxus denkt über deinen dämlichen Vorschlag nach. Ah, na schön. Das ist ein bisschen böse. Um das mal klarzustellen. Wir tun böse Dinge auf Geheiß eines Dämons? Das ist sehr uncharakteristisch. Komm schon, Fred. Hab mal Spaß. Ihr wolltet auf die Belohnung, oder? Dann macht mich. Hm, okay. Aber ich ändere dafür nicht die Ausrichtung meines Charakters. Das wird ein Mulligan. Was zum Henker ist ein Mulligan? Genau. Ist das ein Zauber, den ich nicht kenne oder sowas? Nein, das ist... Ach, egal. Ich geh mich jetzt vordrängeln. Das ist weniger böse, glaub ich. Ich hoff's einfach mal. Ich hoff's einfach mal, dass vordrängeln weniger böse ist. Hallo. Was? 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 Als nächstes musst du mein dämonisches Symbol in der Stadt verbreiten, um meine Macht zu erhöhen. Und sämtliche Gegenwehr ausschalten. Oder? Oder? Lass mich ausreden. Wir könnten doch jemandem einen Streich spielen. Wie wäre das? Wenn du willst. Ja, lieber Streich spielen. Ich will hier nicht irgendwie... Ich will Streich spielen. Guck uns jemand an. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Aber sicher doch. Furzender Ferdinand. Super. So heißt er ab jetzt. Sehr gut! Ich will auch nicht sehen. Ich hasse euch. Ich kann sie alle... Wer ist denn alles? Wer ist denn alles? Was niemand wusste, Ferdinand hatte einen Reizdarm und war schon immer sehr unsicher, was Unbewusstes Furzen anging. Da ihm bewusst war, dass er der Schande seines neuen Spitznamens nie entkommen würde, packte er seinen Zusatz und verließ Brachbuch für immer, um ein neues Leben zu beginnen. Er wurde vermutlich von Kobolden gefressen. Oder sowas. Mist. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Zum Abschluss musst du dich diese nervigen Liebenden finden, die sich immer neue lächerliche Kosenamen geben und sie abmurksen. Okay, das ist eine Idee. Aber könnten wir nicht stattdessen ein betretendes Rasensverbotenschild ignorieren? Ja? Ja? Äh, äh, echt jetzt? Äh, mir egal, Mann. Nein, aber... Okay, ich will die Liebenden hier nicht abmurksen. Er ist einer von meinen Schussern. Finde ihn und brech ihn auf. Was? Was? Wir müssen da nochmal ganz kurz hoch. Wir haben irgendetwas gefunden beim Runterfallen. Oh, ich glaube, dass nicht den Rasen betreten wird, gleich ganz übel für uns enden. Weil wir so richtig evil den Rasen betreten werden. Jetzt muss ich da aber nochmal hochgucken. Das ist ein von meinen Schützern. Da. Da. Mhm. Das ist ein von dem Rasen. Und das ist ein von mir. Oder den Rasen. Das ist ein von mir. Aber. Aber er ist so begeistert davon, dass ich nichts sage. Er ist süß, wenn er aufgeregt ist. Mhm. Willst du jetzt nicht, dass ich... ...weiter finde? Oh. ...meine, dein, mein Herzi-Herzi-Schatz. Wirst du mich noch lieben, wenn ich alt und grau bin, mein Schnuppelhassi? Oh. ...dich bis an mein Lebensende lieben, mein Kuschel-Wuschel. Oh, Zucker-Öhrchen. Ich werde dich beendet. Oh. Und ich dich, mein Püschi-Wüschi. Findest du mich hübsch, mein Kirschtörtchen? Oh Gott. ...ist das hübscheste Mädchen, das ich je gesehen habe, mein süßes... ...süßes Liebelein. Süßes Liebelein? Das ist nicht sehr einfallsreich, Javier. Oh, ich... ...das tut mir leid. Wie wär's mit süßes Honig-Küchlein? Viel besser. Wie schön, dass es dir gefällt, mein schönes Blüschlämmchen. Du bist der beste Mann, der mir je begegnet ist, mein großer, starker Puschelbeer. Sehen wir uns tief in die Augen, bis die Zeit anhält, meine wunderschöne Estelle. Oh, ich würde nichts lieber tun, mein mächtiger, gutaussehender Krabil. Mein Herz wird für immer dein sein, mein Schnucki-Putzi-Baby. Und das meine dein, mein Herz-Putzi-Schatz. Oh, es kribbelt in den Fingern. Ich muss die töten. Aber nein, wir sind nicht böse. Aber es kribbelt in den Fingern, dass die damit aufhören. Hey, das Betreten des Rasens ist verboten. Du kannst mich mal. Oh, na gut. Ich wollte doch nur, dass eine Person meine Autorität anerkennt. Aber ich kann nicht mal ein Stück Rasen beschützen. Das ist der falsche Job für mich. Das ist der falsche Job für mich. Ich schätze, du hast prinzipiell etwas Böses getan. Selbst wenn es nicht so böse war. Aber es zählt trotzdem. Irgendwie. Aber. Der Wachmann hat sein Leben überdacht und die Stadtwache verlassen. Schließlich starb er bei einem tödlichen Unfall mit Schwertern. Weil er Jongleur geworden war mit Schwertern. Oh, der arme Kerl. Nun, du hast mich enttäuscht. Aber du hast versucht, böse zu sein. Also kannst du meine dämonische Persönlichkeit aufnehmen. Komm zu mir zurück, damit wir das Tor öffnen können. Hurra! Wir waren böse genug. Wir haben Rasen mit... Oh, ehrlich. Jetzt würde mich interessieren, was wir getan hätten, wenn wir nur das ganz Böse. Burger abziehen, töten. Dann mal los. Öffne deine Herzseele der Finsternis. Warte. Ich bin besorgt, aber aufgeregt. Gemütlich. Ist das? Wir werden übel. Reiß dich zusammen. Okay. Leere dich im Tor. Da reden wir. Bei Hessen. Na los. Sieh es mir an. Ah. Diese unausstehlichen Möchtegermalia müssen eine Art Geheingang errichten. Ha. Nur Idioten finden Geheingänge cool. Hä? Geheingänge sind cool. Geheingänge. Geheingänge haben gerne mal geheime Schalter. Es muss einer in der Nähe versteckt sein. Der da... Äh, ernsthaft? Guck dir mal, wie cool Geheingänge sind, Junge. Aber der ist super versteckt. Wow. Der war... Der war episch versteckt. Hallo, Kultisten des Bösen. Ich habe einen Dämonen in mir. Guck mal, da ist ja der kleine Zerxes. Darf ich looten? Danke. So ein stinkender Haufen... Wie Bäh. Deine Aussprache ist schrecklich. Wie sollen wir einen richtigen Dämon bespüren, wenn du es Ogaxiton aussprichst? Wenn hier ganz klar Ogaxiton geschrieben steht. Die tiefen Finsternis ohne jegliches Licht. Gewährt ihre Macht bestimmt keinem, der die Sprache der Knochen und Klauen falsch ausspricht. Jetzt müssen wir von vorne beginnen. Wieso gibst du immer mir die Schuld? Sag mir, hohe Priesterin Leara, wie viele Dämonen hast du denn erfolgreich beschworen, hä? Sofort aufhören! Wer wagt es, unsere finsteren Machenschaften zu stören? Keine Sorgen, ich mach's schon. Ich bin der Schreckensgott zu Gaxits. Geht meinem körperlichen Gefäß hier, das schattengeborene Grimm war. Oder ich werde die Wächte der tiefen Finsternis ohne jegliches Licht herbeirufen, um meinen unwürdigen Körper auszuweiten. Fordert mich nicht heraus! Hm, nein, das werde ich nicht tun. Zum einen glaube ich dir nicht. Zum anderen, hat hier schon mal jemand von Zygaxits gehört? Ähm, ich schon. Ja, ich auch. Zu den Waffenakolyten! Nun du, ihr habt euer Schicksal besiegelt. Ihr wolltet die Wächte der tiefen Finsternis ohne jegliches Licht herbeirufen. Hier ist sie. Dämstlich, noch eine Stimme im Chor der Gewand. Schicksal hat eine weitere Seite. Wie ist denn das Läden aus für eine Legende? Danke. Ah, der ist ja groß. Ich finde das Schattengrimoire. Ja, das da? Ja! Nun, sprich meinen wahren Namen aus dem Buch! Steht auf Seite 667. So nah an der besten Seite im Buch. XH Full Grog. Hübscher Name. Das bin ich, Baby! Ich spüre, wie meine Macht zurückkehrt. Sehen wir uns diese traurten Bastarde in dem Käfigen an, um einen passenden Wirtskörper für mein unheiliges Selbst zu finden. Es sind mehrere Käfige. Guten Tag, außer du hast Schändliches vor. Kann ja immer sein. Du hast uns gerettet! Ich bin Venick! Und diese irren Möchtegern-Beschwörer wollten mich und die anderen hier drin opfern! Wir schulden dir alles! Ja, ja, ja! Nun sprich mir nach! XH Full Grog Nestat Interi Monocle! Ich sag mal Monocle! Kann ich auch einmal wieder zurück? Naja, zurück kann ich, aber wir wollen ja auch einen dicken Dämonen beschwören. Hi! Ich bin zwei Hörnern der Königin! Ich dachte, sie würden mich opfern. Bist du hier, um mich zu befreien? Vielleicht. Aber zuerst sprich mir nach! XH Full Grog Nestat Interi Monocle! Okay, sicher! XH Full Grog Nestat Interi Monocle! Perfektion! Jetzt muss ich nur... Moment! In zweit bist du schon besessen. Toll! XH Full Grog Nestat Interi Monocle! Bist du das? XH Full Grog Nestat Interi Monocle! ZH Full Grog Nestat Interi Monocle! Ich dachte schon, deinen typischen Aas- und Rosentuft geworfen zu haben! Oh Mann! Tut mir leid! Hätte fast versucht, deinen Wirtskörper zu übernehmen! Wir sollten uns endlich mal wieder in Ruhe unterhalten! Ja, treffen wir uns beim nächsten Erdmond im düsteren Schlummer der Geister! Klingt gut! Entschuldigung, wollte ich da nicht stören! Tschüss! Wird doch noch bis dann rufen! Hey! Willst du mich befreien oder was? Komm drauf an! Sprich mir nach! XH Full Grog Nestat Interi Monocle! Sicher! XH Full Grog Nestat... Moment mal! Willst du von mir Besitz ergreifen oder sowas? Wäre das denn so schlimm? Genau genommen, klingt das spannend! Ich bin dabei! XH Full Grog Nestat Interi Monocle! Also, Avaxin, bist du bereit, meine Essenz in dich aufzunehmen? Absolut, Kumpel! Komm rein! Wunderbar! Ich kann die Dunkelheit in dem hier fernlich fühlen! Wir werden ein tolles Team, Jorgy! Als dein demütiger Diener kann ich es kaum erwarten, was für Dinge wir zusammen tun werden! Braber, Junge! Gerne geholfen! Wir sehen uns bestimmt wieder! Ich habe gerne geholfen. Oh, wir haben eine blaue Waffe bekommen, die mich interessiert. Aber ein blau. Und mit Feuer. Interesse weg. Hier ist ein Stuhl. Wo ist denn ein Stuhl? War da die Tante drin? Zerstöre die Lage in der Oberwelt haben wir noch. Aber das können wir dann ja auch machen, wenn wir wieder in die Oberwelt gehen. Oder gehen wir in die Oberwelt noch? Oh, da oben. Da oben. Ah, mein Gott. Erstmal sehen, dass hier auch eine Leiter ist. Ja, mal schauen. Der ist jetzt nicht so glücklich. Äh. Ich hänge hier jetzt. Wo bin ich? Hilfe. Mama. Where did I come nach Hause? Ich glaube immer der Weg nach oben war. Ich nehme noch ein bisschen Geld mit. Wer weiß, wann man Geld gebrauchen kann? Geld brauchen wir eigentlich hier bis jetzt die ganze Zeit. Hallo, Welt. Ja, die Frage ist. Sollen wir erst nochmal zur Oberwelt gehen? Weil Docs und so, äh, böse und so. Äh, böse. Könnten uns woanders hinbringen? Ich weiß es nicht. Dass wir vielleicht nicht mehr dahin kommen können, wo... Ne? Weißt du, wie dick mähen? Ja, bestimmt. Wo wir die, 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 die Lager zerstören müssen. Attraktive Ausrüstung für ausgekochte Abenteurer. Lieber nicht. Das macht meine Mission nur deutlich schwerer. Schloss in der Mord, da will ich nicht hin. Wir wollen, wenn, an die Oberwelt. Oberwelt. Dann zerstören wir nämlich erst nochmal die Lager. Können wir die Lager richtig einschätzen. Weil so viel Bewegungsfreiraum haben wir ja hier nicht mehr, wie ich, ne? Ich werde vor allemam. Was ist Gott. V después. D fand ich. make. Vielen Dank.